Musik 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 Wie viele andere deutsche und europäische Städte hat jetzt auch Hamburg eine Hafencity. Hier entstand bzw. ist im Entstehen ein komplett neuer Stadtteil. Firmenzentralen, Bürogebäude, es sollen auch Wohnhäuser sein. Natürlich alles in modernster Architektur sind hier zu finden. Und wir haben auch einige wenige Geschäfte, Hotels und Gastronomie vorgefunden. Es ist alles sehr, sehr großzügig, mit viel Platz zum Sitzen, zum Ausruhen, zu schauen. Trotzdem war es so, dass wir so nach 18, 19 Uhr das Gefühl hatten, es herrscht, wie man so sagt, eher tote Hose. Deshalb vermute ich, dass der Umsatz all dieser Läden und Restaurants sicherlich noch an den Leuten hängt, die hier arbeiten. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln und auch mit dem Fahrrad ist die Stadtmitte in Kürze zu erreichen. Der Blick aus unserem Fenster fasst das vielleicht alles gut zusammen. Viel Spaß! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.